Hallo Leute und herzlich willkommen zu Hangar Games. Das ist keine gewöhnliche Runde, denn Fakt Nummer 1, diese Runde gibt es nur, weil am Moment von mir sich diese gewünscht hat. Denn es ist eine so viele Fakten über mich bis ich sterbe Runde. Genau, es gibt jetzt so viele Fakten über mich bis ich halt gefeiert werde oder runterfalle oder sonst was mache. Dann starten wir auch. Also Fakt Nummer 1, das Video existiert nur, weil du es dir gewünscht hast. Fühltig angesprochen. Fakt Nummer 2, mein Name ist eigentlich Denise, das wissen manche, aber mein Zweitname ist Dina und weil es zwei Denise bei uns in der Klasse gab, wurde ich halt Dina genannt. Ich mag den Namen aber überhaupt nicht und mein Vater hat mich halt schon von jeher Dani genannt, von daher ist mein Name so gesehen Dani. Fakt Nummer 3, meine Haarfarbe ist eigentlich blond, so ein dunkles Blond. Nicht braun, eher so dunkles Blond mit so ein paar Strähnen drin, halt von Natur aus. Aber Fakt Nummer 4, ich färbe mir seit anderthalb Jahren meine Haare eigentlich so rötlich-braun. Es sollte eigentlich mal braun werden, hab dann aber zu viel Kupfer mit reinmischen lassen, vom Friseur halt. Und das hat mir sehr gefallen, dass ich immer mehr Kupfer hinzugepackt habe und es eigentlich so rötlich werden sollte. Momentan muss ich immer mal wieder hin. Äh, das war gerade Fakt Nummer 3, dann muss ich jetzt Fakt Nummer 4. Fakt Nummer 4, meine Augenfarbe ist blau, wunderschönes blau und das in der Druckplatte lecke ich nicht drauf. Äh, der Fakt Nummer 5, Druckplatten sind böse, merkt euch. Ne, ähm, hoch ist leckt. Was kann ich denn noch über mich sagen? Ich bin gar nicht so interessant, warum wünscht ihr euch das? Äh, Fakt Nummer 5, ich besuche derzeit, also beziehungsweise nach den Ferien, die 11. Klasse eines Gymnasiums. Wieder, würde ich sagen, weil ich musste jetzt einmal wiederholen, weil ich zu viel in Spanisch verpasst habe. Das ist wieder eine andere Geschichte, das lag, das lag eigentlich gar nicht so sehr an mir. Also das ist eine ganz andere Geschichte. Denn, äh, Fakt Nummer... Oh Gott, ich hätte nicht irgendwie mal zählen sollen. Nächster Fakt, ich, ist mir jetzt scheißegal, wie viele Fakten das werden. Äh, nächster Fakt ist... Meine Lieblingsfächer. Meine Lieblingsfächer sind sowohl Wirtschaft als auch Biologie, deswegen besuche ich auch ein Wirtschaftsgymnasium. Ja, was ganz, ganz feines... Nein, es macht mir einfach mehr Spaß. Also Wirtschaft und Biologie und Politik sind so meine Lieblingsfächer in der Schule. Äh, nächster Fakt, meine Lieblings-YouTuber. Meine Lieblings-YouTuber sind sowohl TheKadosZone als auch HollyLP. Und ich kann mich einfach nicht entscheiden, weil beide YouTuber einfach so für sich einfach die geilsten sind. Ups, und ich hier runterfalle. Ich muss einfach jedes Mal lachen und sie bringen eigentlich so viele unterschiedliche Sachen. Also, Holly geht eher so in Indie-Horror-Games rein. Also zockt die. Und Kados... Kados... Kados ist Kados, komm, ganz ehrlich. Kados ist Kados. Ne, keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Und ich finde einfach beide so hammergeil. So. Äh, nächster Fakt. Meine Hobbys. Meine Hobbys sind natürlich erstmal YouTube, weil es mir mega Spaß macht, einfach zu zocken. Also YouTube und Zocken sind so Hobbys von mir. Und es macht mir halt auch Spaß, wenn ich halt so sehe, dass ich Leute begeistern kann damit. Oder dass Leute wesens ganz kurz mal lachen. Ist ja schon was bei mir. Dass sie wesens mal ein leichtes Lächeln haben bei meinen schlechten Wissen. Oh, ich hab einen Bogen. Das ist schön. Und ich krieg jetzt immer gute Ausrüstung gerade. So, mal sehen. Was gibt's denn noch so für schöne Fakten über mich? Ich weiß es gar nicht. Äh, nächster Fakt. Ich habe zwei Haustierchen. Also eigentlich mehrere, wenn man unsere Goldfische im Teich mitzählt. Aber ich hab zwei Meerschweinchen, die ich über alles liebe, weil es ganz puttige, kleine, süße Dinger sind. Der eine heißt Randy. Der hat meiner Mama den Namen gegeben. Ich find den Namen ehrlich gesagt richtig scheiße. Aber ich hatte die Auswahl zwischen Randy und Sammy und ich fand beide Namen scheiße. Und dann hat sie gesagt, okay, dann nehm ich jetzt halt Randy. Randy. Okay, heißt das Schmerzschwein halt so. Arm ist hier das. Und hier war ich noch nie. Und das andere heißt Cookie. Das hieß vorher Coco und weil es ein Männchen ist, fand ich das gar nicht so gut, hab ich gesagt, ne, der heißt jetzt Cookie. Und so heißt er seitdem auch. Ist auch ein ganz, ganz Lieber, aber der weiß irgendwie nicht, dass er ein Meerschwein ist. Das ist sein Problem. Ich glaub, der denkt, er ist ein Hund. Ich glaub, das denkt er. Aber das haben wir ihm noch nicht gesagt. Wir haben ihm noch nicht gesagt, dass er ein Meerschwein ist, weil ich möchte seine Gefühle nicht verletzen. Das wäre echt fies. Und ich hab mir grad so ein paar Sachen aufgeschrieben, was ich noch so sagen könnte. Ich könnte sagen, dass ich grad runtergefallen bin. Ne, als nächstes mein Geburtsdatum, weil viele mich irgendwie auf 17 oder so, äh nicht auf 17, auf 15 oder so schätzen. Ich bin 18, ich werde 19, ich hab am 14.10.1995 bin ich geboren. Am 14.10. hab ich Geburtstag. Äh, wenn ihr mir Geschenke senden wollt, dann könnt ihr mir privat schreiben, dann mach ich das schon mal aus. Dann geb ich euch meine Adresse, dann könnt ihr mir da halt gerne ein paar Geschenke hinsenden. Ne, Spaß beiseite. Ähm, meine Lieblingsgames. Mein Lieblingsgame ist, ehrlich gesagt, Minecraft. Minecraft zock ich sehr gerne, weil es halt so verschiedene Modifikationen gibt. Es gibt die ganzen Mods, wie gesagt, oder was auch geil ist, es müssen ja nicht mehr die Mods sein. Die ganzen Spielmodi, wie ihr hier seht. Ich spiele Hunger Games, auf die anderen Server komme ich momentan nicht, aber ich spiele gern Hunger Games und so. Ansonsten mag ich, ehrlich gesagt, noch Simulatoren. Ich bin immer so ein kleines Mädchen geblieben. Ich liebe Zoospiele über alles. Ich hab immer noch die Ultimate Edition von Zoo T-Con. Oder Zoo Tycoon wird's ja ausgesprochen. Und Wildlife Park habe ich, weil ich einfach solche Zoospiele richtig mag ich. Stehe ich drauf. Äh, Gott, ich lebe länger als gedacht. Ich weiß gar nicht, was ich so sagen kann. Meine Lieblingsfarbe ist Rot. Ich stehe auf Dunkelrot, also wirklich so blutfarbend. Das ist, ich bin jetzt kein, was weiß ich, ich ritze mich nicht oder sonst was, weil ich so auf Blut stehe. Nee, ich finde einfach die Farbe richtig schön. Hier war jemand. Und das finde ich auch in Ordnung, wenn man die Farbe schön findet. Man muss ja nicht gleich irgendwie jemanden umbringen, um die Farbe zu sehen. Ähm, was gibt es noch? Also meine Lieblingsform ist der Kreis, weil er so rund und stabil ist. Nein, keine Ahnung. Was gibt es denn noch für Sachen, was man über sich erzählen könnte? Leute. Ah, ich bin ein Mädchen. Das sage ich jetzt auch nur, weil viele mich für einen Jungen halten und sagen, ich soll aus dem Stimmbruch kommen. Grüße an die Leute. Ich bin eigentlich so geboren, also ich komme auf die Welt und da war ich ein Mädchen. Und das ist einfach so drin. Ähm, wenn wir schon mal ein Mädchen sind. Wenn ich mal ein Mädchen habe, also eine kleine Tochter, dann weiß ich schon genau, wie ich sie nennen werde. Es ist mir scheißegal, was der Mann dazu sagt. Meine erstgeborene Tochter wird Talia heißen. Und nein, nicht nach dem Buchladen. Obwohl, doch ein Fakt. Ich lese total gerne. Ich lese lieber, als ob ich Filme schaue. Ich habe schon ewig keine Filme mehr geschaut und lese eigentlich nur Bücher. Oder schaue YouTube. Jedenfalls nicht wie der Bücherladen, sondern wie die Muse. Das war eine Muse von irgendwas halt. Aber es ist halt eine Muse und da möchte ich meine erste Tochter so nennen. Und wenn es ein Junge wird, weiß ich nicht. Dann vielleicht Luca, weil ich finde Luca sehr schön. Und das sage ich jetzt nicht wie Concrofter oder so. Obwohl ich den auch... Ich mag Concrofter. Das kann ich ja auch frei zugeben. Ich habe nichts gegen ihn. Ich mag ihn. Richtig schlechtes Champ Team. Okay, da ist ein Champ Team oder was? Ich bin's nicht. Das wüsste ich. Das hätte ich mir gesagt, wenn ich teamen würde. Mir fällt ehrlich gesagt gar nichts ein, was ich über mich groß erzählen soll. Leute, dass ihr euch dafür interessiert irgendwie für mich. Das ist komisch. Wer interessiert sich schon für mich? Ich habe gerade irgendwie noch so einen Platschen gehört. Oh, das ist auch nice. Oh Gott, was kann ich denn noch sagen? Ich habe jetzt schon eigentlich alles erwähnt. Ich kann ja mal sagen, so sporttechnisch gesehen, ich habe mal Volleyball gemacht. Das mag ich. Und ich mag schwimmen und tauchen sehr gerne. Also, wenn irgendwie, wenn ich unterwegs bin, sag mal am Meer, am Strand, huch, dann falle ich in ein schwarzes Loch, dann schwimme ich, ah, schwimme ich halt sehr gerne Wasserfälle hoch. Also, das ist mein größtes Hobby. Einfach so generell, Wasserfälle, yeah. Oh ja, Mitte, ihr Luschenier. Wie soll ich denn bitte in die Mitte kommen? Ich versage ja schon am Wasserfall. Oh Gott, ich schaffe es wirklich nicht. Ich tue mich nicht so blöd. Ich bin so blöd. Ich komme hier nicht hoch. So, äh, Lieblingsland kann ich ja sagen. Es ist nicht Deutschland, obwohl ich hier lebe. Da kann ich ja nichts für. Da habe ich gesehen. Haben mich gesehen. Es ist Afrika und Australien. Ich würde super gerne mal nach Australien reisen, weil ich jetzt hier runterspringe. Oh, nein! Nein, 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 nein. Okay, ich bin tot. Das waren meine so und so viele Fakten bis ich sterbe über mich Video. Jetzt haben sie meine Sachen und ich bekomme es auch. Okay, ich dachte, ich kann auch entkommen. Oh Gott, ganz ehrlich, Leute. Ich weiß gar nicht, was ihr über mich sagen soll. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, was interessiert es euch? Bis dann. Ciao.